Richtig geil! Wir haben das Bällebad offen. Hier ist das kleine Bällebad für nicht schlimmer. Und hier ist das große Bällebad. Und hier ist das... Ah! Oh, oh! 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 Adam, ich hätte es nicht besser machen können. Boah, die Bibel, herzlich willkommen aus dem Bällebad. Wir haben wirklich nicht an Special Effects gespart. Und ich denke, es ist ein wunderschönes Geräusch, wenn einfach die Bälle auf das Mikro prasseln. Es sind überall Räume, es ist alles unseres hier. Regie, und zwar zeige ich euch alles gleich. Hier die ganzen Bälle! Extra anliefern lassen, alle gereinigt und so weiter. Und wir dürfen sie alle bepissen, denn sie werden dann wieder gereinigt, wenn sie abgeholt werden. Ah, hier sind natürlich auch so ein bisschen Grundkulisse drin gewesen, von der ich mich auch sowieso grundsätzlich distanziere. Zum Henker. Naja, gut. Ich fühle mich so ein bisschen so, als wenn ich jetzt eine fremde Regie besuche, aber es ist ja zum Teil auch meine eigene. Adam, richte die Cap. Aua, fick deine Ficker! Ach, steht, die Tische sind gemietet, ne? Hier haben wir eine Kulisse, die ist halt auch noch da. Vielleicht können wir ein bisschen Werbung für WWF machen oder sowas. Dann möchte ich euch ganz kurz noch einen Schandfleck zeigen. Hier ist eine Telefonzelle. Wie wenn ich in so einer Gesangskabine bin. I can be your hero, baby. Also, wenn man singen könnte, dann wäre das natürlich cool, aber das hier ist ein kleines Bellebad für zwischendurch. Aua, wie so Legosteine. Can I get a higher? Ja, das ist die Mall hier. Wir sehen dann morgen tagsüber, wie das hier alles trubelt. Und mir war es ganz wichtig, das ganze Event hier dann auch in einer Mall zu machen, damit man einfach unterwegs auch Leute abwerben kann. Vielleicht, wenn wir einfach mal anfangen, die Wand zu bauen, wäre schon geil, ne? Soll ich erstmal so einmal so verlegen? Guck mal, der erste Sack ist offen. Mega geil! Neben der Scheiße machen wir das eigentlich nicht. Macht, glaube ich, auch. Junge, wie tief das ist. Boah. Mega cool. Hey, Hund weg ist der Arm. Aber mein Kabel, mein Handy, mein Handy, mein Handy, mein Handy. Nein, nicht Schnursenkel aus. Die kriege ich nie wieder zu. Deine Wart ist eröffnet. Was? Er lässt den Kunden lang warten, steht er. Oh nein, der Arm. Okay, ich gehe schnell hin. Das tut mir so leid, gerade im Herzen. Oh nein, mein Terminal. Ich bin noch nicht vorbereitet. Aber ich kann mir jetzt nicht von einem Minderjährigen Geld abnehmen. Was ist denn das? Ich bin Anfang 30, was soll das? Naja, egal. Hallo. Hi. Herzlich willkommen bei meinem Bällebad. Hallo, wie möchtest du zahlen? Ähm, Bar. Oh, das kann ich nicht annehmen. Kein Problem, herzlich willkommen. Was ist der Eindruck? Mache ich eigentlich einen hektischen Eindruck? Ich habe nämlich das Gefühl, onstream bin ich immer voll verwuselt und hektisch. Ich bin das halt bei Ihnen so gewöhnt, so wissen Sie, was ich meine. Also man kennt sie halt einfach so. Ostjugend einfach so höflich. Ja, da wurde natürlich auch bemerkt, dass du mich siehst. Würdest du, wenn du Knossel siehst, ihn auch siezen? Ja, safe. Würdest du Monte siezen? Safe, ja. Trimax? Auch. Ich würde jeden siezen. Merkt es halt gerade, glaube ich, dass ich nervös bin. Es geht. Man weiß ja nicht, wie du normalerweise redest. Normalerweise bin ich viel offener und... Ach, das kommt. Wir machen eine Entspannungsübung. Wir packen die Finger aneinander, weil ich will mal gucken, ob ich das als Coach irgendwann auch anbieten kann, so auf Scam-Basis. 1,79 Euro die Minute. Wir halten die Finger so und machen um, um, um. Chat auch um. Hallo. Hallo. Willkommen beim Bällebad. Als du uns das letzte Mal sahen, war es regnerisch. Ja, das war draußen. Magst du gerne Äpfel? Ja. Ich habe grüne und rote da. Na, blaue. Färben wir noch. Okay. Wie möchten Sie zahlen? Mit Karte oder mit Karte? Gar nichts. Okay, das ist in Ordnung. Kann ich ein Autogramm haben? Die Autogrammkarte habe ich sogar. Ist wunderschön. Oh, geil. Das ist ja geil. Oh, voll so glänzend und alles. DM-Premium-Druck. Aber was für ein cooles Fotomotiv, du dir doch ausgesucht hast. Ja, schön, ne? Ich werde das Gefühl nicht los, dass du dich in mich verliebt hast. Na ja. Ist der Echte? Ja, ist der Echte. Komm her, komm her, komm her. Ich brauche Leute, ich brauche Leute. Ist der Allerechte? Ja, ja, genau, genau. Bist du live? Ja. Wow. Das Konzept Laufkundschaft funktioniert jetzt endlich, weil das Problem ist, die Maul ist, es ist Freitag, Freitagvormittag. Aber jetzt bist du endlich da. Ja. Möchtest du in das Bällebad, dann würde ich deiner Mutter überreden, dass sie Eintritt zahlt. Wenn ich jetzt da reingehe? Dann müsste sie Eintritt zahlen. Wieso? Weil ich ein geldgeiler Wichser bin. Ach so. Ja, dann geht umsonst rein. Hallo, ich bin der Julian. Hi. Ich glaube, das ist ein schönes Dorfketscher. Das klingt doch schon nach einer Menge Spaß. Kann ich euch irgendwie begeistern, Eintritt in mein Bällebad zu zahlen? Na ja, ich glaube, dass die Eintritt immer rauskommt mittlerweile, oder? Ich glaube auch. Ach, scheiße, stimmt eigentlich, Chad. Warum mache ich das jetzt hier eine Woche lang? Vorhin hatte ich es mit sogenannten Jugendlichen zu tun. Die haben halt gesagt, ja, nee, aus dem Alter ist man raus. Bällebad ist für alle. Für jedes Alter. Jawohl. Von den drei Jungs, die eben hier waren, kam gerade einer wieder und sagte, guck mal, kannst du das bitte noch alle angeben? Hä, wie nett. Oh Gott. Also du bist die schreckhafteste Person, die ich jemals erlebt habe. Boris, 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 Boris. Vielen Dank für die Knöpfe. Das siehst du genau, da habe ich Angst, dass du mich einfach so anschreist. Was soll ich mal machen irgendwann im Laufe des Tages? Einmal? Habe ich einmal Guthaben? Du darfst ein einziges Mal, aber wirklich ein einziges Mal. Sonst überlebe ich das nicht mehr. Aber dann mache ich das später, weil wenn ich das so, weißt du, wenn man das so ankündigt. Oh. Wir haben jetzt nur noch fünf. Boah, wie gut, wie gut, du hast es geschafft. Wie gut. Ich glaube, das war jetzt sowas wie eine Konfrontationstherapie, oder? Oh mein Gott, danke schön. Mit einem leicht unbuffissenen Therapeuten. Das ist mein Leben. Ich bitte dich nur, wenn du jemals in eine Therapie gehst, um irgendwas zu bewältigen, und der Therapeut agiert so, dann verlasse bitte die Praxis auf schnellsten Wege. Nur als Hinweis. Auch für euch zu Hause. Alter, du bist ja richtig am Zitter noch. Brauchst du was trinken, oder so? Hättet ihr Lust, darin zu tauchen? Ganz einfach hier so. Und dann, Problem ist dann, müsst ihr euch jetzt schon daran gewöhnen, man kommt dann nicht mehr so richtig hoch. Man muss dann erstmal sich so ein bisschen wie so ein... Das ist ein supercooles Bällebad, muss ich euch echt zählen. Also wenn ihr Lust habt, dann einfach rein. Junge, jawoll. Oh, krass. Aua, wegen dem Stein. Ich hab voll die Beine auf dem Stein abgedrückt, aber... Das ist ja besser als Freibad, weil hier krieg ich dann kein Wasser in die Fresse. Hey, jetzt verstehe ich, warum ich das gebaut hab. Oh, nice. Es ist ein Ort der Entspannung. So, schlechte Witze und Anti-Witze. Ich trag dir fünf vor und wenn du bei einem nicht lachst, kriegst du eine Cap. Okay, jetzt hab ich einen guten, der kann dir gefallen. Die Mama fragt Patrick. Und Patrick, wie war es in der Schule? Patrick sagt, echt klasse, wir haben Sprengstoff hergestellt. Die Mama, ihr Kinder macht ja wirklich tolle Sachen. Und was macht ihr morgen in der Schule? Patrick sagt der Mutter dann, welche Schule? Da muss sogar ich lachen. Ach so, oh mein Gott, weil die die Schule gesprengt haben? Weil sie die Schule gesprengt? Ja. Ich muss kurz an was Trauriges denken. Kannst du mir kurz eine Traurige Geschichte erzählen? Ja, von meiner Kindheit. Ich fühl mich bei dir gut aufgehoben. Ich spreche das Thema Kindheit an, du lachst dich erst mal schrutt. Nachdem du sogar gesagt hast, was Trauriges. Nein, gar kein Problem. Wir sind ja hier unter uns. Was ist der Unterschied zwischen Spülmittel und Gleitgel? Das Spülmittel spaltet die Fette, das Gleitgel fettet die Spalte. Hast du gerade gelacht? Nee, ich bin verzweifelt gewesen. Du hast gelacht? Das ist eine akustische Laute, eine Verzweiflung. Treffen sich zwei Schnecken an der Straße. Will die eine auf die andere Straßenseite. Da sagt die andere, vorsichtig, in einer Stunde kommt der Bus. Oh, du hast ihn nicht verstanden. Ich habe ihn verstanden. Ja, aber das ist voll brutal. Ich erkläre ihn mir. Also, weil nämlich Schnecken, die sind ja wirklich sehr langsam. Und so langsame Tiere, wenn die über die Straße gehen, müssen länger planen, wenn der Bus kommt. Timewarp. 200 Bits. Warum kann Miss Piggy nicht bis 70 zählen? Weil sie bei 69 einen Frosch im Hals hat. Boah, shit, hätte ich das niemals vorgelesen. Wir sind jetzt ja auch extra hergefahren. Zwei Stunden lang am Ende einfach nur so ganze Zeit Witze erzählen. Ist das so der Kontin, den du da abatet hast? Das ist ja Witze erzählt. Drei, zwei, eins. Bällebord! Leute, wir haben ja Nichtschwimmerbecken und wir haben Schwimmerbecken. Problem ist, TÜV hat angerufen. Eigentlich geht das nicht, weil das, was wir jetzt machen mit der Einteilung in Nichtschwimmer- und Schwimmerbecken, erfordert eigentlich einen Bademeister. Und tatsächlich haben wir jetzt einen offiziellen Bällemeister, der erforderlich ist laut TÜV. Hallo. Was ihr hier quasi zu Beginn gemacht habt, das ist eigentlich schon mal nicht zulässig. Es wurde gerannt am Beckenrand. Du würdest die Schuhe an und generell ist das auch kein Badeoutfit. Was soll ich jetzt machen? Ich kann ja schlecht rauswerfen aus deinem Bällebad. Das stimmt. Das ist immer, wenn das Personal sich gegen die Regeln stellt, die eigentlich für alle gemacht sind. Genau. Eines der größten Erkenntnisse von dieser ganzen Bällebad-Aktion, dass McDonalds angeblich die ganzen Bälle wieder abgebaut hat, weil die Kinder da mal reihenweise reinschiffen. Ja, also würde mich jetzt nicht wundern. Das haben wir ja auch schon öfters. Aber das ist dann eher vorne in einem kleineren Becken natürlich, weil da die ganzen Kinder sind. Aber nicht wirklich. Ja, okay. Na Moment, ich sinke noch gar nicht. Herr Bällemeister, ich sinke doch noch gar nicht. Herr Bällemeister, warum kommen Sie denn schon? Das sagt für mich ja mal anders aus. Ich schritte mal noch eine Runde. Ja. Oh nein, ein Piranha. Ein Piranha. Ein Piranha. Herr Bällemeister, retten Sie mich. Herr Bällemeister. Herr Bällemeister, retten Sie mich. Oh ja. Ich war kurz vom Versinken. Ja, das Problem ist, jetzt versinke ich. Wir brauchen einen weiteren Bällemeister. Zwei Leute versinken. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber gibt es rein prinzipiell Optimierungspotenzial? Ich fand es eigentlich ganz okay. Hi. Hallo. Tschüss. Es tut mir leid, es hat wieder länger gedauert. Weißt du, es ist ein bisschen der Traum eines Kaufmannsladen bei Kindern. Ich darf kassieren, ich habe mein eigenes Kassensystem und so. Zahlung wird vorbereitet. Zahlung genehmigt, wie geil. Oh cool. Möchtest du deinen Beleg erhalten? Gerne, ja. Zwei, drei. Bitte ein bisschen aufpassen am Beckenrand, ja? Danke. Hier sind die Partypeople. Das ist Delta, das ist mein Mod. Der hat euch bestimmt schon mal wegmoderiert. War Ringer. Endlich macht es mal jemand. Ja, ey. Genau. Cool, dich wieder live mal hier zu sehen. Tut mir einen Gefallen. Gehst du mit einem Knie da auf den Boden und machst die Augen zu. Bitte, bitte. Nein, nein, nein. Also. Ich habe dich unterschätzt, Auren. Einmal Augen zu. So. Ta, 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 ta. Ah. Bitte nicht mit Schuhen ins Becken. Bitte einfach nur nicht mit Schuhen. Alles klar. Das ist einfach nur ein Rappen. Alles klar. Der Meister hat gesprochen. Ja, das ist Autorität, da muss man natürlich immer ein bisschen. So, das ist der Danny. Der Danny hat einen Witz gewonnen bei dir. Für dich ist der Witz? Ja, ja, er hat den... Okay, ich hoffe, du findest ihn auch witzig. Also, kennst du Robin Hood? Ja. Ja, weißt du, wieso der Deodorant klaut? Nee. Weil, also, er klaut das und verteilt das unter den Armen. Oh, man versinkt einfach. Ist das nicht geil? Oh nein. Das Bällebad ist Lava. In 4, 3, 2, 1. Ja, oh, aha, aha, aha. Dieser Nicht-Legostein tut weh wie ein Legostein. Hallo, 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 hallo. Hi, 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 hi. Ja, komm doch mit rein. Komm mit, komm mit. Komm mit. Ich bin wirklich nett und so weiter. Ich bin kein übler Typ, weißt du. Ich mach auch keine komischen Sagen oder so. Ja, ja, mir kann man vertrauen, wirklich. Seid ihr minderjährig? Äh, ja. Oh, ich nehm alles zurück. Guten Tag. Hallo. Wie ist dein Name? Leon. Leon, hallo. Und Leonin. Ja, okay. Ich mach, also, ja. Man denkt, oh, ha, ha, ha und so. Ist klar. Das überspringen wir einfach. Und wie kommt's dazu und so weiter? Überspringen wir alles. Ist natürlich eine süße Namenskombi. Alter, hier sind wirklich Leute drin und man sieht einfach nicht, wer hier grad drin ist. Alter, wie viele. Cherry Berlin, hallo. So schön, dich zu sehen. Ja, ich freu mich auch, dich zum Armen. Letztes Mal hab ich doch so gestunken, weißt du noch? Ja. Ja, jetzt hab ich, ja, eben. Ich find's cool, dass wir hier auch ein bisschen eben schöne Streamerkollegen und Streamerbekanntschaften haben. Wir unterstützen uns gegenseitig. Deswegen meine Frage, wie viel Eintritt möchtest du zahlen? Nein, Spaß. Also, ich halt dir das einfach hin und du kannst entscheiden. Ich bin Adam. Hallo, hallo. Das ist der Lea. Lea, so viel. Hi, hi. Ja, ich hab ein geiles Bällebad. Und ich glaub, die größte Gefahr sind einfach noch fünf Leute, die irgendwo am Meeresgrund liegen. Boah, ich freu mich sogar, dass tatsächlich das jetzt das erste offizielle Kind, was hier Spaß hat. Woher? Ja, okay, war jetzt nicht so der geilste Sprung, ne? Wir müssen sich eigentlich komplett noch drehen. Hui, ui, ui. Hui, ui. Oh, was denn Schreit. Ja. Und wie glücklich die Leute sind. Das macht so viel Spaß. Das stimmt, ich hab das völlig unterschätzt, wie glücklich die Leute sind. Ja. Weil, ich wollte die Leute gar nicht glücklich machen. Ich wollte einfach nur mein Bällebad machen. Spaß. Chat Spaß. Oh, Herr Bellemeister. Ja. Geht's gut? Ja, alles hervorragend. Jetzt ist die Arbeit anstrengend, oder? Ja, ich schau mal, ob da gleich mal eingegriffen werden muss. Weil, das ist natürlich auch unangenehm für die anderen Badegäste, wenn da jetzt so eine Show gemacht wird, einfach. Ich bin mega beeindruckt, wie lange ihr jetzt da drin geblieben seid. Ich dachte halt, dass ich wirklich so ein Gag, den ich aufgebaut habe. Und stattdessen taucht ihr da so 20 Minuten und alle haben Spaß. Ja, das hat sich erst so eingependelt, dass es wirklich einfach so zur Gewohnheit wurde. Ist eigentlich auch gut, dass wir jetzt so viele waren. Ja, ja. Was waren so Gesprächsthemen jetzt so? Oder spricht man dann? Oder wirft man sich einfach nur Bälle gegenseitig an den Kopf? Wie man so rauskommt, die Schwierigkeiten dabei. Ja, schon, ne? Und auch andere Füße, die man dann mal so in kürzem Kontakt hat. Aha. Ansonsten muss man mit 75% Bälle werfen. Schon, ja? Ja. Aber die Physik hat gestimmt so. Ja, war cool. Ja, wollt ihr da Nummern austauschen vielleicht? Ach so, ne Physikenkarte? Spielt ihr Brettspiele alle gerne? Ja, Harry Potter-Brettspiel tatsächlich. Da gibt's ein tolles. Und das ist eins, wo man nicht gegeneinander spielt, sondern gegen das Deckerselberspieler. Ah, ja, ja. Das hätte ich als Kind gebraucht. Das ist doch jetzt nicht traurig drin. Aber es hat natürlich nicht jeder Zeit. Und wenn du dann einfach den zweiten Mitspieler simulierst, dann wird's spätestens zwar traurig, wenn man's erzählt, aber so ein Spiel, wo man wirklich dann gegen sich selbst konzipiert ist, wenn man gegen sich selbst spielen will, dann wär schon geil. Wir sortieren jetzt noch Farben. Die Gelben kommen nach hinten in die Ecke. Und die Zweiten kommt da hoch. Wann habt ihr diesen Vorsatz gehabt? Weil das klingt nach einer Idee, die ihr seit einer Minute höchstens habt und nach einer Minute wieder aufgibt. Uiuiui. Uiuiui. Oh, ich hab's glaube ich. Du sollst jetzt noch, ja? Weiter sortieren. Die Gelben kommen da hinten an in die Ecke, ja? Ja, aber... Du müsstest ja irgendwann fertig werden. Dirigierst du nur die Arbeit, oder also... Nee, nee, ich mach auch mit. Siehst du, ich mach auch mit. Genau, ist eine gute Idee und die Blauen in die Ecke. Aber wir haben mehr verschiedene Farben als Ecken. Komm, wir gehen in den Dschungel. Zirup, Zirup, Zirup. Ganz schön warm im Dschungel, ne? Aber wirklich, ne? Ja. Tropische Verhältnisse. Da war eine Mücke. Zirup, Zirup, Zirup. Oh, nee, ich hab jetzt schon keinen Bock. Zwei Mückenstiche. Ah, nein, wir haben genau die Kokosnuss, die keine Kokosnuss hat. Fühl mich doch gerne mal durchs Catering. Ich hab Hunger. Du hast Hunger? Ein ganz kleines bisschen. Ich würd was snacken. Also, wir haben hier Äpfel. Nur ein bisschen auch braun geworden durch die Zeit. Aber die werden auch schnell braun. Das ist, weißt du, das Schlimmste ist Avocado. Du schneidest Avocado in der Küche, du drehst dich einmal so zwei Sekunden rum, und auf einmal Schimmelpilze und Sporen, Karies und Baktus überall auf diese Avocado drauf. Magst du? Heute kam noch kein. Lass den Kameramann doch auch mal was trinken oder essen. Essen ist nicht das Problem, das Trinken, oder? Vielleicht müssen wir es einflößen. Das ist aber ein Grinsen und du möchtest das, oder? Magst du das, wenn du gefüttert wirst und irgendwie so... Es gibt Leute, die mögen das. Mein kleiner zwischenmenschlicher Tipp, wenn irgendjemand aus Verlegenheit lacht, einfach sagen, ja, das willst du, ne? Willst du mir jetzt gerade unterstellen, dass ich jetzt zwischenmenschlich irgendwie nicht so gut bin, dass ich das lesen kann? Was gibt's noch vom Catering? Gebt ihr Wasser? Perfekt, um sich Holy zu shaken. Ich trinke ja bei Holy gerne Eistee. Und wenn ich es so richtig krachen lasse, dann auch mal Energy oder Hydration. Aus der Reihe Energy gibt es jetzt Energy Eel, also Aal. Das schmeckt nach Guarana und ist ein limitierter Geschmack, den die Atzen von Holy auf den Markt gebracht haben. Wer wagefreundlich ist, kann sich ins Abenteuer begeben vom Holy Energy Eel. Und das Starter-Set Deluxe gibt es gerade extra reduziert mit dem Code ADAMFÜRALLE oder ADAMFÜNFÜRNEUKUNDEN. Unten angepinnt ist der Link zum Sortiment. Da einfach herausfinden, warum so viele Party-People Fan von Holy sind. Pommenbären von vorgestern sind noch da. Ja, geil. Das ist die Capshot Edition. Kennst du das, wenn du so einen Chip rausziehst und der ist halt einfach ultra geil gewürzt und du freust dich voll? Ja. Ja, und das habe ich gerade. Das ist ja voll schön. Magst du die? Achso, nein. Ich schon. Guck mal, das ist das riesengroße Bälleball. Die hier sortiert das echt nach Farbe. Ja. Ja, die sind unterschiedlich groß. Das gehört so. Achso. Einfach nicht irritieren lassen, weitermachen. Hier ist auch auf einmal, das ist jetzt der erste graue Ball, den ich sehe. Das ist irgendwie ganz normal. Machst du manchmal bei so einem Nicht-Lachen-Challenges-Teil? Ich bin auf jeden Fall witzig. Das musst du wissen. Du brauchst nichts machen. Sie erzählt dir nur einfach den ultimativen Witz. Weißt du, wieso Leute gerne, manchmal Schnecken essen? Nee. Weil sie, also, weil sie kein Fastfood mögen. Was tust du mit mir? Weißt du, es gibt halt gute Gewinne und noch viel bessere Gewinne. Das war ein viel besserer Gewinn. Ja. Du, ich sage dir ganz ehrlich, also ihr hat es halt Spaß gemacht und ich mache das einfach, weil sie lacht einfach jedes Mal. Es macht mich einfach froh, natürlich, wenn andere auf etwas zu lachen haben. So unter uns war natürlich, so kann man natürlich noch steigern, so vom Witzniveau. Wir müssen alle noch lernen. Aber nicht, dass es Ärger gibt mit deiner Mutter oder so? Ach. Hast du eine Strenge, Mutter? Nö. Nö, perfekt. Okay, dann geht das. Du kannst dir sagen, jetzt ist es viel mehr wert. Saki, ich unterschreibe auch ihre Klamotten. Okay. Geil. Meinst du, dass noch mehr Leute kommen? Vorhin war das so krass voll. Oh mein Gott. Oh, Lolo. So, wollt ihr das Bällebad besuchen? Ja. Ach so. Entschuldigung für das Geschrei. Ja. Hallo. Kannst du mal kurz halten, bitte. Bitte. Zu weit ist ins Ohr und Hand. Okay. Zwischen Laptop und einem guten Witz ist halt manchmal nicht viel Abstand. Aber den nehme ich mit. Kannst du kurz die Uhr aufheben? Ich habe nämlich, glaube ich, kein Uhrheberrecht. Okay. Dankeschön. Dankeschön. Wie viel Pech kann man haben? Ich habe eben ja die Uhr fallen lassen. Aber mir ist auch eben noch ein Joghurt runtergefallen, weil da ist die Haltbarkeit abgelaufen. Also ich kriege ab und zu mal mal Feedback zu meinen Streams. Und es gibt öfters dort auch schon ein bisschen so dieses typische Jerks-Feedback, nenne ich das einfach mal. Dass Leute sagen, ja, ich gucke dich ganz gerne, aber ab und zu ist mir das so unangenehm, dass ich abschalte. Gerade wollte ich meinen eigenen Stream verlassen. Und jetzt weiß ich mal, wie das ist. Also es kann nämlich immer alles zünden. Und wir arbeiten daran. Ich fühle mich trotzdem noch gut. Ich fühle mich gut? Ja. Das ist gut. Das mischt sich nicht. Aber hier sehe ich. Du musst da aufpassen. Ja, das mischt sich nicht. Oh, nein, 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 nein. Au. Oh, der Arnuss. Tanzen mit Arnuss? Wer hat das denn geschrieben? Wir werden gleich zu Tanzen. Danach heißt es, ob zu dir oder zu mir. So auf Freundschaftsphase natürlich. Das ist ein familienfreundliches Format. MC Adam, ich schaffe stets den wunderschönen Spagat zwischen Flirty und einem normalen Tanz. Und das geht jetzt so die ganze Zeit so? Ja. Ach so. Andersrum. Deswegen tanzen das immer, weil das so einfach ist? Genau. Eigentlich von ein Bein aufs andere. Hey, die ganze Zeit jetzt. Ihr seid doch die, die Knossi gucken. Ja. Na, wie geht's? Wie steht's? Ich hab ein Bällebad eröffnet. Ich wollte es dir so kurz angucken, so auf Reklame angelehnt. Ja. Weil das ist richtig krass groß. Mit der Frau kann man gut Waldster tanzen. Und hier sind Rosen, hier ist Dschungel und so weiter. Und das ist das Bällebad. Und wenn du einmal hier so drauf bist, dann kannst du einfach hier beliebig springen. Zack. Ja, was? Also, man war direkt einfach reingesprungen. Ohne Hemmschwelle, ohne alles. Ja, Alter, sehr gut. Ansonsten kannst du einfach hier so drauf gehen und volle Kanne hier einfach mal so zack. Und die Bälle sind eigentlich recht weich. Ich bin zwar mit der Nase aufgekommen, aber ansonsten voll entspannt. Oh, diese Steine. Die machen mich jedes Mal fertig. Alter, geil. Treffen sich zwei Kühe, sagt die eine. Sagt die andere. Das wollte ich auch gerade sagen. Adam, habe Nudeln fallen lassen. Penne jetzt auf den Boden. Das verstehe ich nicht. Warte kurz, ich möchte Ihnen den Witz erklären. Kennst du die Nudelsorte? Penne, ja. Ja. Er hat Nudeln fallen lassen und Penne sind Nudeln. Oh. Ah ja, wir sind aber auch sehr inklusiv, das auch wirklich. Hallo. Ich freue mich. Ich mich auch. Ja. Du bist Panik-Fee. Das ist korrekt. Shoutout an Panik-Fee. Du bist unsere Hausdesignerin. Das ist korrekt. Die zwischendurch auch mal streamt, sich dabei Mühe gibt. Tatsächlich. Und keiner guckt zu. Nein, Spaß. Oh mein Gott. Nein, ich finde den Satz eigentlich recht wertvoll. Ich habe ihn nur wieder falsch übermittelt. Du hast viel mehr Zuschauer verdient. Das ist aber freundlich von dir. Vielen Dank. Du hast diesen Adam da gemacht. Ja, guck wie süß er ist. Dieser Adam, was du gezahlt hast, wird mal so fucking groß. Das ganze Ding, das ist, weiß ich nicht, was ist denn das, 2,20 Meter oder so? Ja. Noch viel mehr. Unfassbar. Ich muss mal ganz schnell zum Marsch. Ah, mir seht ihr euch. Oh, 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 oh. Entschuldigung, ich hatte zu viel Speed drauf. Das ist dein, das hast du gemacht. Toll. Guck mal, ich habe mir mal vorgestellt, dass ich das da hinten wend. Die hatte zuerst meine Haare, aber das habe ich dann weggemacht, weil es mir peinlich war. Ja. Hättest du ruhig machen können. Wäre echt unangenehm gewesen. Da habe ich noch schnell ihre Haare geändert. Ja, okay, aber jetzt erzählst du, jetzt erzählst du das vor tausenden Zuschauern, ist ja nicht weniger unangenehm. Nee, nee, genau. Hey. Aber jetzt tut mir leid. Ich habe zu lange gelabert, oder? Okay, komm, go. 3, 2, 1, los. Ja. Ah, das ist super witzig. Aber die ganze Zeit so, irgendwie müsste da noch jemand sein, ne? Nein, ich war das nicht, sie hat geworfen. Ja, ich habe irgendwie nicht geworfen, man, wir kennen uns erst seit heute, als ob ich einen Klopf wäre. Ihr kennt euch schon sehr viel länger. Ja, siehst du? Das ist wie Werwolf spielen, wer hat den Ball geworfen. Oh ja, voll das geile Spiel. Du drehst dich nochmal um, wenn einer von uns wirft. Und du musst dann raten. Okay. Und man muss natürlich auch so werfen, dass es nicht auffällt mit der Richtung. Wer wirft jetzt? Was? Ich dachte nur ein. Ja, dachte ich auch, aber dann haben wir uns abgesprungen. Das ist unfair. Ich dachte nur ein. Mann, Fee, was soll denn das? Am coolsten war nicht, dass wir irgendwie die Absprache verstanden haben. Aber du nicht, oder? Das habe ich überhaupt nicht gemacht. Ach, du hast einfach nicht gemacht, du hast dich geweigert. Wettrennen, machen wir. Von einer Seite auf die andere. Aber ich glaube, das kann man nur so quasi gegeneinander spielen. Ja, immer zwei gegen zwei. Drei, zwei, eins, los. Hä? Entschuldigung, ich bin aufgeregt. Los. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Ich glaube, ich war ein Tick zu schnell, aber ich glaube, ich hätte so oder so gewonnen. Auf die Plätze, fertig, los. Obwohl Esther ihn festgehalten hat. Esther hat noch ein bisschen probiert, das Größte rauszuholen. Ich glaube, Esther kann nicht mehr mitmachen, sie hat geschummelt. Fertig, los. Oh, ja, ei, ei, ei. Für mich würde noch ein Lebensraum in Erfüllung gehen, wenn du und Aaron beide gleichzeitig im Bälle wort Romantias. Ich wäre ein Schelm, wenn ich das ablehnen würde. Wünsche beim Reinspringen, einfach so? Ein Synchronsprung inklusive einer ordentlichen Eskalation. Da habe ich was im Angebot für dich, und zwar den anderthalbfachen Dreherum. Das heißt, ich versuche bei dem Sprung mich anderthalbfach zu drehen. Aaron, was hast du so in petto? Und könnte das synchronisch bringen, was absolut nicht synchron ist, wenn du eine andere Übung ausführst, dann so ergänzen? Wenn ich dir hierbei in die Augen schaue, schaffen wir es. Ist das denn so ein Synchronsprung, der eher auf Romantik ausfallen soll? Romantik, ja, warum nicht? Oder eher so Kampfgeist-mäßig gegeneinander und nicht miteinander? Elbbogen-Mentalität. Also die Welt braucht mehr Romantik auf jeden Fall. Ah, dann machen wir das so. Gleich jetzt noch enger. Unsere beiden Liebenden stehen hier auf der Lego-Wand. Die Herzen schlagen im Takt und jetzt sind sie, glaube ich, bereit für den großen Sprung. Werden sie synchron sein oder werden sie sich voneinander entfernen? Ein Spiel der Gefühle. Sprung. Und wir sehen ein doppelter Dreherum. Es war synchron, Leute. Gegeneinander Spiral gedreht. Wenn man sich die Bälle zur Seite schaufelt, bevor man aussteigt, erleichtert das den Aufstieg? Nee. Ich kann nicht jetzt schon sagen, nein. Aua, 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 aua. Jetzt ist natürlich die große Frage, was genau das, was du dir vorgestellt hast. Das war Phänomenal. Cool, wollen wir einmal wieder Wettetauchen machen? Ach so, ja, Verlierer gegen Verlierer, wa? Verlierer gegen Verlierer. Ach so, ihr habt das nicht vergessen. Ja, das ist wie bei mir im damaligen Wohnviertel. Einfach Verlierer gegen Verlierer, den ganzen Tag. Los! Wow, 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 wow. Was für ein vernichtendes Ergebnis. Dann wäre ich so ein Eindruck. Fantastisches Wettbewerb. Was? Ein Zapp für eine Brille? Vorsichtig, ja, ja, ja. Esa, ich gebe dir Mühe. Adam schubst sehr, sehr viele Bälle weg, aber er kann es nicht finden. Er gibt einfach nicht alles. Die Brille wurde gefunden. Ja! Also ich bin zwar jetzt der Verlierer der Verlierer, aber ich glaube, meine Eltern, die sind trotzdem stolz auf mich. Ja, alleine, geil. Aus der Kategorie ist... So wurde ich auch von meiner Mutter stehen gelassen. Danke. Also ihr habt alle auch ein bisschen weirden Humor. Eigentlich nur Esther. Was? Ja, aber auch eigentlich ein bisschen Aaron, weil er das als Witz macht. Falls meine Mutter zuzoggt. Ich liebe dich, ne? Ich glaube, aber die kommt nicht zu. Ja, ich würde auch gerade sagen, aus der Kategorie Eltern von Streamern, die wirklich den Stream gucken. Ich stehe da von mir mit meiner Mutter einmal im Jahr, vielleicht höchstens, oder denke ich mir auch so, wenn die den Stream guckt, dann sollte sie Lotto spielen, weil das ist dann ein ziemlich krasser Fund auf Twitch. Und ich würde mich auch fragen, woher sie auf einmal die EDV-Kenntnisse hat. Geil, wie ihr Beamt erzählen, Beamt erzählen, schreibt einfach, Aaron hatte eine harte Kindheit, Lull. Wenn ich überhaupt eine hatte, ist die Frage, ne? Ich finde das immer ein bisschen tricky, auch bei mir als Streamer tatsächlich. Ich mache ab und zu mal so ein bisschen so einen halben Joke, wenn das vom Wortwitz richtig krass passt, dass mein Vater zum Beispiel Alki ist. Weil ich will eigentlich, dass die Leute halt verstehen, dass es viele, viele Leute gibt, die das gleiche Schicksal teilen, wie viele andere. Immer wenn ich sowas droppe und auch nur so zum halben Satz, gibt es immer Leute, die mir eine Bären schicken und sagen, ja, ich hatte sowas ähnliches. Wie viele Leute irgendwie als Kind auch bei Zeugen Hovers aufgewachsen sind, wie viele Kinder irgendwie Alki, Vater hatten oder irgendwie... Ich bin mir aber immer nicht ganz sicher, ob ich das dann wirklich auch so witzig rüberbringe. Deswegen habe ich mich gerade gefühlt wie ein Zuschauer von mir selbst, wenn ich ab und zu mal sowas droppe. Aber ist trotzdem lustig, oder? Haha, Alkohol macht kaputt. Zum Beispiel, Esther macht das klasse. Esther, du hast gerade nichts gesagt, was ist aber klasse. Los! Das war Adam. Ja! 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 Gegen Harkon, Mensch! Ich habe mir gedacht, wenn ich das schaffe, dann schaffe ich alles in diesem Bällebad. Dankeschön an alle, die an mich geglaubt haben. Dankeschön an alle, die Kanalpunkte auf mich gesetzt haben. Ein Fick natürlich auf alle, die auf Harkon gesetzt haben. Und vielen, vielen lieben Dank. Ich bin Panic B. Ich werde den Sieg holen. Los! Und wir sehen auf jeden Fall, es ist... Oh, Scheiße! Das war aber jetzt wirklich doch kein Ende. Oh mein Gott, oh mein Gott. Beide vorab gerutscht. Hier starten in die allerletzte Runde. Und los! Oh! Du hast gewonnen! Ich bin zwischendurch eingeschlafen. Adam, der Sieger, Mensch. Nein, Spaß, Spaß, Spaß. Danke, danke, danke. Danke, danke. Ja, danke, danke, danke. Was sagt jemand zu jemandem, der gerade zu Esther dazukommt, damit er bei Esther ist? Esther, Esther, Esther. Esther, der war jetzt auch ein bisschen komplizierter. Jawohl! Oh ja, Mama. Du bist ein aktiver Mann. Tanzen mit Adam in Kammanite, wir hatten das schon wieder reingeschrieben. Mama, das ist ja auch nur so ein Scherz. Wir müssen das nicht tun. Aber irgendwann, wenn es soweit ist und dir irgendwie danach ist oder sowas, dann würde ich halt nicht ablehnen so, ne? Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass das irgendwie daran geschrieben wurde, überhaupt ohne meinen Konsens. Aber irgendwann, wenn dir danach ist, dann können wir tanzen, aber wir müssen auch nicht. Nein, wir müssen auch nicht. Aber ich würde, kann ich mir was anderes wünschen? Ja. Ich hätte gern einen Witz. Oh! Shit! Seit wann wünschen Sie sich Menschen Nieten? Esther! Ja, ich freue mich! So sieht Freude aus. Ich dachte, wir mögen uns. Esther zieltenwitzig. Okay, weißt du, was... Ach so, einfach abgefeuert. Hör mal zu, die teuerste Tomate, weißt du, was das ist? Was ist denn? Die Geldautomate. Warum? Du hast dir das gewünscht, nicht ich. Was soll jetzt dieses Sarkastische? Bodybibel, das war das Bällebad-Event. Vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Vielen Dank! Geil! Da sind die nächsten Videos. Matthias, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Nö, war gut. War okay? Ich denke mir, wir haben heute noch genug Zeit, um noch ein paar andere YouTube-Abspanne zu drehen. Leute, es hat mir so viel Spaß gemacht, hier in dem Bällebad. Folgt mir doch einfach auf YouTube und auch auf Twitter. Die nimmst du? Mach das nicht! Wo soll ich als nächstes ein Event machen und als was? Schreibt es gerne in die Kommentare. Bis dahin. Geil, Leute, geil! Als VIP auf SkylineTV.Live genießt du Zugriff auf alle Stream-Aufzeichnungen der Vergangenheit. Auch auf diesen Stream.